Wie witzig die Hälfte sind hier. Das ist also hier nicht die Eingangshalle zum Hallenbad, sondern hier der Hauptbadung. Also der Ball auf Friedrichstraße ist nicht der einzige Verschachtelte. Halt, hier war noch ein Umgang. Wo geht es hier hin? Zirkierung Perron 52. Oh, das sieht man ja nicht. Ach, das ist hier ein Kreuzungsbahnhof. Perron 1. Da ist ein Sputweg da drüben.